wenigstens wissen war wer angefangen hat aber wir haben jetzt verraten warum auch immer so das ist ein bisschen scheiße von er ist so programmiert ja aber mann das soll mann das kann doch wieder nicht gut gehen jetzt der hat schon sein essen kommen hat sich jetzt den ganzen tag da im fenster gesessen ernsthaft jetzt spaghetti es war nicht viel in der küche tut mir wirklich leid wenn ich mal ein licht oder so das ist so alles so auch ellis schalte das licht an danke schon lustig mein job hat jetzt ein android und als ich jemanden für diese scheiß hausarbeit brauche wirst du ich kauf mir einen verdammten androiden was für ein witz klar androiden sind ja so scheiß grausartig sie versagen ich glaube da ist jemand sehr sehr sauer also noch mehr als vorher auch schon sie sind nie müde nie traurig sie sind so perfekt sie haben mein leben versaut entzugserscheinungen was gott so was ist dein scheiß problem nicht gerade ein traum hier was glaubst du vielleicht das ist einfach glaubst du vielleicht ich bin schuld dass wir in diesem dreckloch leben ich bin schuld dass deine mutter abgehauen ist hör auf mit den drogentaten manchmal machst du mir echt angst da ja kein wunder die scheiß schlampe ist einfach abgehauen diese verfluchte hat mich wegen einem beschissenen buchreiber gelacht alles deine schuld es ist alles deine schuld hat er nicht gemacht kommt wieder her kommt sofort hierher ja das ist schief du bleibst da rühr dich ja nicht vom fleck oder selbst was wir letztes mal kaltes maul alter was durchsprechen wir gerade diese diese programmierung oder was ah ja na guck mal an Hör doch ab, mit dem kannst du nicht reden. Nein, Benni, tu mir nicht weh! Bitte, tu mir nicht weh! Hör auf, Benni! Das reicht jetzt! Lassen Sie sie! Wir hätten bestimmt auch einfach ohne... Leg die Waffe weg und mach, dass du rauskommst! Das ist dein Befehl! Nein! Lassen Sie sie in Ruhe! Was soll ich? Du kommandierst mich um? Was willst du tun? Du willst mich erschießen, wirklich? Du schießt auf einen Weg. Du hast wohl ein Problem. Wir hätten einfach durchs Fenster gehen. Fick dich, Alter! Oh, komm her, Miststrick. Fick! Nein! Geh her, Alts! Lassen Sie in Ruhe! Du gehörst mir. Du tust was ich sage! Ah! 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 UNTERTITELUNG Ich dachte grad, für einen kurzen Moment wird gehen drauf Alter, dieses Quicktime Event war ja richtig hart Diese Kombis Ich glaube, es war wirklich knapp, ne? Ich glaube, es war wirklich knapp Ach du heilige Scheiße, was ist denn hier alles nicht vorgefallen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott Was wäre passiert, wenn wir mit dem gelabert hätten? Aber ganz ehrlich, ich fand jetzt eigentlich, das wäre Quatsch gewesen Aber wir hätten auch mit ihr Wir hätten mit ihr auch durchs Fenster wahrscheinlich einfach abhauen können oder so Heilige Scheiße, Todd ist tot Kara hat einfach mega Balls bewiesen Hat einfach die Programmierung aufgehoben Das war bei Weitem die langweiligste Party der letzten 25 Jahre Und jeden Schmal auf solchen Partys, frage ich mich Was zur Hölle mach ich bloß hier? Ich hasse Cocktailpartys Und all diese Schwätzer, die dort hingehen Es ist eine Möglichkeit für all ihre Bewunderer, sie kennenzulernen Ja, 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 denen ist Kunst doch völlig egal Die interessiert nur, wie viel Geld sie damit verdienen können Was soll's? Lass uns einen trinken Diese ganze Aufregung hat mich richtig tostig gemacht Also ich meine, wir haben mit Markus gerade nichts erlebt, ja Aber ich meine, dieselbe Person spielt ja trotzdem immer noch gerade Aber wir sind schon ein bisschen aufgebracht Lass mich wieder Klavier spielen, bitte Jawohl, Karl Ist so Genieß dein Leben, Junge Oh, schwitzt meine Hände, Alter Ich war richtig Ich war komplett Oh nein Nein, nein, ganz bestimmt nicht Och Leute, jetzt mach mal kein Scheiß Ruft die Polizei Nein, nein, nein Ich will nicht nachsehen, Mann Ich will nicht, ich will nicht rein Müssen aber Kann ich nicht vorher Markus, nein, ich begleite dich Leo Ah, sieh mal an Vaters Plastikspielzeug Leo Was ist hier los? Du hilfst mir nicht, also helf ich mir selbst Manche zahlen Wahnsinnspreise für den Scheiß Fass ihn nicht an Hör zu, früher oder später gehören die sowieso alle mir Betrachte es als Vorschuss auf meine Erbe Markus, der soll da weggehen Schaff ihn sofort hier raus Wir bringen Leo zum Gehen Ja, toll Das ist bestimmt cool, wenn wir jetzt einfach auf ihn zulaufen Sei vernünftig, Leo Das hier bringt dir doch nichts Du schickst mich immer bloß weg Warum denn? Bin ich nicht gut genug? Nicht perfekt Wie dieses Scheißding Das reicht jetzt raus hier Sofort Was machst du besonders, hä? So viel besser als mich Lass ihn in Ruhe Na los, zeig was du kannst Marcus Du darfst dich nicht wehren, verstanden? Reagier einfach nicht Los, schlag mich Worauf wartest du? Bist du ein Mann? Dann mach schon Was denn? Bist du etwa ein Feigli? Hör auf, Leo Hör auf! Angst dich zu wehren, du blöder Arsch! Ich muss mich selber entscheiden Jawohl Oh stimmt ja, ganz vergessen Du bist gar nicht echt Du bist nur ein Scheißklumpen Plastik Lass ihn in Ruhe Pass auf Ich mach dich fertig Dann gibt es nur noch mich und Dad Ich werde dich zerstören Das wird keinen interessieren Weißt du, warum? Leo Oh mein Gott Leo Mein kleiner Junge Karl Ich Warum fällt er denn auch da in die Richtung? Man soll Sie werden dich zerstören, Marcus Du musst jetzt gehen Verschwinde hier Verschwinde! Los! Geh! Marcus! Keine Bewegung Nein, Alter! Wisst ihr, was ich dachte, was nichts sagen heißt? Ich dachte, der sagt dann Ich wusste nicht, dass Also klar, wir hatten die Polizei gerufen, die Vollidiot Ich dachte, nichts sagen Heißt, dass der dann sagt Hey Wir können doch die Leiche irgendwo vergraben Und müssen nichts sagen Aber dann kommt schon die Polizei Also damit hab ich nicht gerechnet Mann, damit hab ich doch nicht gerechnet Hm Ey Aber ohne Witz Ich sag euch Ich Das muss so sein Wenn wir Wenn wir mit dem Wenn wir ausgeharrt hätten oder so Dann wär safe Karl drauf gegangen Und das wär noch viel schlimmer gewesen Oder wär das doch nicht so safe gewesen Warum musste er sterben? Was ist vor dem Messerangriff passiert, hm? Wie lange warst du da oben? Warum bist du nicht einfach weggerannt? Sag endlich was, Gott verdammt Scheiß drauf, ich bin raus Wir verschwenden unsere Zeit mit dieser Maschine Wir werden nichts aus ihr herauskriegen Wir könnten ihm ja ein bisschen Druck machen Es ist doch so Er ist kein Mensch Also er hat richtig Bock auf Androiden Das hieß du sofort Schädigen Und mich zum Reden bringen Abweichler neigen außerdem zur Selbstzerstörung Wenn sie Stress ausgesetzt sind Okay, Klugscheißer Was sollen wir dann tun? Ich könnte ihn befragen Schaden kann's nicht Na los Er gehört ganz dir Okay Connor, Junge Wer zwingt er ein Geständnis Ja, klar Der Connor, der, äh Der kann hat, ne? Wir wollen uns vielleicht mal eben hier Okay Was macht denn dieser Junge jetzt schon wieder? Was sieht aber auch aus, ey War mir Hinweise Ah, okay Connor, wir sind beste Cops der Welt Brandflecken Ja, moin Markierung über 16 Monate verursacht durch das Durch Zigaretten Der hat einfach die fucking Zigaretten auf denen immer ausgedrückt Schlagspuren Und Baseballschläger Das Blut natürlich, klar Prozessor LED Hinweise auf Softwareinstabilität Wahrscheinlichkeit der Selbstzerstörung niedrig Ach, was? Die können sich selbst zerstören? Hat das Markus gerade gemacht? Nee, der wurde erschossen, ne? Haushälte Eigentum von Carlos Ortiz Bestellungsdatum 29.05.2030 Okay Optimalen Stresslevel für Geständnis Okay Mein Name ist Connor Was ist mit dir? Wie ist dein Name? Okay Nicht gut Du bist beschädigt War das dein Besitzer? Hat er dich geschlagen? Hör mal Ich weiß, dass du viel durchgemacht hast Aber ich möchte gerne verstehen, was passiert ist Was? Oh, geht das rum Ich will dir bloß helfen Aber du musst mir vertrauen Ich möchte dich wirklich hier rausholen Oh nein Ich bin auf deiner Seite Ich will dir helfen Aber das kann ich nicht tun Wenn du nicht mit mir redest Oh oh Ach, das muss runtergehen Okay, das muss runtergehen Achso, okay Was? Ich dachte, das wäre schlecht Was werden sie mit mir machen? Okay, wir sind im Game, Alter Beim letzten Mal war die Wahrheit nicht so geil Stresslevel, okay Das ist nicht deine Schuld Warum hast du mich verraten? Warum bist du nicht einfach gegangen? Sie hätten dich sowieso gefunden Ich war nur schneller Wären sie es gewesen Hätten sie dich sofort erschossen Ich will nicht sterben Dann rede mit mir Ich? Ich kann nicht Ich verstehe, was in dir vorging Du wurdest übermannt von Wut Und Frustration Du bist nicht schuld an dem, was passiert ist Weißt du Ich verurteile dich nicht Ich bin auf deiner Seite Ich will nur die Wahrheit herausfinden Wenn du weiter schweigst Kann ich nichts tun, um dir zu helfen Sie werden dich komplett abschalten Dann bist du tot Verstehst du? Tot Nicht gut Das wäre nicht gut Fuck Okay, Connor, ruhig Meine Hände schwitzen, Mann Wenn wir jetzt aufgeben Ist auch kacke Aber unter Druck setzen Kannst du komplett vergessen Du lässt mir keine Wahl Ich glaube nicht, dass das gut ist Was wir gerade machen Der wird sich doch jetzt komplett in die Luft springen, oder nicht? Was zu erhelfen macht das? Er zerstört sich selbst Stopp das, verdammt! Ich, ich kann nicht Ich kann es nicht stoppen Das reicht jetzt Du musst sofort damit aufhören Vorsicht! Ach du Scheiße Wollt ihr mich verarschen, Alter? Wie kann das denn so... Ey, Connor ist echt nicht bei mir Connor ist bei mir nicht gut aufgehoben, Leute Das ist nicht gut Es ist so gut gelaufen Und dann habe ich einmal Die falsche Taste wieder gedrückt Und dann war wieder alles futsch Junge, ey Connor zum Zweiten Ey, der ist ja wie... Bei uns ist der ja wie Kenny bei South Park, Alter Hilfe, sie haben Connor getötet Schon wieder Ich bin der androide Sendet von Cyberlife Meine Mission ist Stopp die Deviants Das ist das, was ich zu sein Aber was ich jetzt ist auf dich Was ist das, was ich jetzt Was ist das, was ich jetzt